Hallo liebe Stadtquissar, auf der Wiese in der Nähe des Graf Adolfplatzes ist mit dem zweigeteilten Kopf Heinrich Heine ein Denkmal gesetzt worden. Diese Wiese gehört oder ist Teil des Schwanmarktes. Der Bildhauer Bert Gerresheim schuf dieses, wie er es nannte, Fragmal, also nicht Denkmal, im Auftrag eines Bankiers aus München. Die beiden Gesichtshälften sind der Totenmaske des 1856 in Paris verstorbenen Heines nachmodelliert. Der Öffentlichkeit übergeben wurde dieses Denkmal oder Fragmal am 17. Februar 1981 im Rahmen der Feierlichkeiten zum 125. Todestages des Dichters. Meine neue Frage lautet, was verstand man früher unter der Berufsbezeichnung Püster? Tipp, es hat etwas mit Luft zu tun.